sonntag der dritte dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video am ersten advent und wir öffnen noch heute das türchen da ist ja die drei und netto sagt ein schneemann ja wenn man nach münchen schaut da ist immer noch schneeschauer so bei dem kaufland adventskalender ist zu sagen der war gestern am samstag für 59 cent auf einmal zu haben warum klar wir haben schon dezember anbruch da ist da natürlich das türchen und da kommt auch ein schneemann zum vorschein jetzt kommt der wo ich mein ich hätte mir aus den alde gold da ist die drei im übrigen ich sag nichts mehr dazu ist es dasselbe das war gerade kurz unterbrechung ich bin versehentlich auf stopp gekommen stadtpause da ist die drei rede anscheinend ist heute schneemann tag so jetzt geht es natürlich weiter am edle tropfen da wäre die drei im übrigen so jetzt gibt es einen exklusiven einblick mal ins türchen jetzt hier muss man ganz runter gehen da wäre die drei ganz sicher kommt hier ein horn zum vorschein damit sage ich mal bitte like das video lassen ab und da wir sehen uns auch am morgigen montag